Behalten Sie den Überblick über Ihre Arbeitsmittel. Gleichgültig ob Bagger oder Radlader, Kompressor oder Betonbombe, Bauzaun oder Schalung. Mit VerticToolControl wissen Sie stets, welches Arbeitsmittel sich wo befindet und wer aktuell dafür verantwortlich ist. Dadurch fördern Sie das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter und vermindern unsachgemäßen Gebrauch, Beschädigungen und Verluste. Sie erleichtern die Ressourcenplanung und die Disposition der Arbeitsmittel. Zudem können Sie die Nutzung oder den Betrieb der Arbeitsmittel automatisiert den Kostenträgern und Kostenstellen zubuchen und so ein wirksames Kostencontrolling realisieren. Grundlage für diese Übersichten und für das Kostencontrolling ist die Erfassung, welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort und für welche Baustelle welches Arbeitsmittel übernommen hat. Das Prinzip ist ganz einfach. Immer wenn ein Mitarbeiter ein Arbeitsmittel übernimmt, quittiert er die Übernahme mit seinem Smartphone. Egal ob er ein Arbeitsmittel auf dem Bauhof abholt oder auf der Baustelle ein Arbeitsmittel von einem Kollegen übernimmt, er hält das Smartphone an das Arbeitsmittel und bestätigt die Übernahme. Dank NFC-Technik geht das mit einem Handgriff innerhalb weniger Sekunden. Die Übernahmequittung liegt in Echtzeit auf den VerticServern und kann von verantwortlichen Mitarbeitern für Controlling, Disposition und Instandhaltungsplanung genutzt werden. Vertic Tool Control bietet einen Kommunikationsprozess mit Bestellung und Lieferschein. Poliere und Bauleiter rufen auf ihrem PC, Notebook oder Tablet den Arbeitsmittelkatalog auf und wählen die Arbeitsmittel, die sie auf ihrer Baustelle benötigen. Beispielsweise einen Kompressor, 150 Meter Bauzaun, einen Radlader, 50 Meter Kabel, eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber. Diese Bestellung findet der Lagermeister nun in seiner Wirtig-Arbeitsmittelverwaltung am PC und auf seinem Smartphone. Er stellt die Bestellung nun zu einer Lieferung zusammen. Hierzu scannt er jedes Arbeitsmittel, das er zur Lieferung hinzufügt. Sobald er zu jeder Bestellposition ein Arbeitsmittel gescannt hat, ist der Lieferschein fertig. Der Polier auf der Baustelle findet nun auf seinem Smartphone den Lieferschein für seine Baustelle. Wenn die Lieferung eintrifft, muss er nur noch den Lieferschein quittieren. Disponenten, Controller und andere Verantwortliche können live auf einer Karte verfolgen, welches Arbeitsmittel sich auf welcher Baustelle befindet und wer dafür aktuell verantwortlich ist. Sie können sehen, auf welchen Baustellen ein bestimmtes Arbeitsmittel in der Vergangenheit gewesen ist und Sie können sehen, welche Arbeitsmittel sich auf einer bestimmten Baustelle befunden haben. Wenn Sie Kostensätze im Wirtig Tool Control hinterlegt haben, finden Sie auch die kalkulatorischen Kosten, mit denen die Baustelle hierdurch belastet worden ist. Nutzen Sie Wirtig Tool Control und fördern Sie das Verantwortungsbewusstsein Ihrer Mitarbeiter, erleichtern Sie die innerbetriebliche Kommunikation und realisieren Sie ein Arbeitsmittelcontrolling.